Ja, hallo auch! Willkommen zu meinem zweiten Special und das mache ich heute anlässlich, na ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, des 50. Abonnentens. Ja, ich freue mir gerade ein riesiges Loch in den Bauch und falls ihr euch gerade fragt, das mache ich einfach nur, weil ich wiederum nicht wollte, dass ich einfach auf dem Desktop rum sitze und deswegen beschäftige ich mich einfach beim Labern ein bisschen. So, ich danke allen meinen Abonnenten und hoffe, dass es weiter fröhlich so weitergeht. Weiter fröhlich so weitergeht, ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ja, und wir haben ja beim ersten Special ein Voting angefangen und das ist ja jetzt nun abgeschlossen und wie zu erwarten ist, ja, wie ich zwischendurch in dem Assassin's Creed schon erwähnt hatte, natürlich auf einen Shooter hinausgelaufen und es wird sein Battlefield 3 im Singleplayer. Ja, wann genau der erste Part kommt, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Ich glaube allerdings, es wird so, ja, Mitte nächster Woche vielleicht sein, also so gegen den, ja, weiß ich nicht, 21. 22. vielleicht. Na ja, ihr werdet sehen, es wird dick und fett auf meinem Kanal, äh, in der Mitte aufploppen und, äh, ja, das wird dann auch nicht so lange dauern und ich hab natürlich jetzt auch vor, direkt ein weiteres Special zu beginnen. Ein Special, ich erzähl einem Müll gerade, äh, ein weiteres Voting zu machen. Ähm, deswegen von jetzt an bis hin zu 100 Abonnenten, schreibt's in die Comments, was soll ich denn noch in die Liste aufnehmen, äh, außer denen, die ohnehin schon, äh, im Infopart meines Kanals drinstehen, die ich irgendwann machen werde. Ähm, schreibt's rein, sagt was dazu. Ich danke allen auf jeden Fall nochmal recht, recht herzlich und, äh, es werden noch sehr viele Parts kommen und ich hoffe, ihr habt weiterhin auch so Spaß wie ich an der ganzen Geschichte. Bis denne, euer Scotchie. Bis denne, ich hoffe, ihr habt, 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 ihr